Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einem neuen Spiel. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu Road 96. Während die Schlüpfe die Bloodpest besiegt haben und wir darauf warten, endlich mal wieder ein paar Pokémon zu fangen, dachte ich mir, wir zocken einfach mal was Neues an und da ist mir doch passend genau zu dieser Situation dieses Game hier über den Weg gelaufen. Road 96 handelt von einer Gruppe jugendlicher Anhalter, die versucht aus der Nation Petria mit tyrannischer Diktatur zu fliehen und einen Roadtrip zu machen. Es soll ganz viele verschiedene Wege geben, wie dieser Roadtrip verlaufen kann, je nachdem wie wir uns entscheiden. Das heißt, einige Geheimnisse werden wir lüften, einige werden wir nicht lüften. Und das ist natürlich wieder was, da freue ich mich richtig 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 drauf. Ich bin sehr gespannt. Mehr weiß ich zu diesem Spiel tatsächlich noch gar nicht, weil ich in einer dirty Manier natürlich noch nicht reingeguckt habe. Das werden wir jetzt gleich zusammen tun. Aber vorneweg noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu diesem Game, weil ich einfach glaube, dass hier sehr, sehr viel Herzblut der Entwickler in dieses Game gepackt wurde. Released wurde das Ganze am 16.08.2021, ist also noch relativ neu, von DigixArt. Das ist ein französischer Entwickler und das ist das dritte Game, was entwickelt wurde. Published wurde das Ganze von ... genau, von dem ... nein, von Plug-in-Digital. Ist ein Entwickler, der vielleicht ... oder Publisher, der vielleicht dem ein oder anderen schon ein wenig bekannt vorkommt. Und was soll ich sagen? Ich gucke ja auch sehr, sehr, sehr gerne immer in die DLCs, die es da so mit im Angebot gibt. Und dieses Game hat tatsächlich als DLC einmal eine 55, über 55-minütige, leider nur französischsprachige Dokumentation zur angeblich sechsjährigen Entwicklungsgeschichte dieses Games. Es gibt ein E-Book als Prolog in englischer Sprache zu diesem Game und es gibt, was ich ja unfassbar gerne immer mag, einen Soundtrack. Und das ist tatsächlich auch mit Abstand der teuerste Soundtrack, den ich je bei Steam irgendwie zu einem Game dazu gekauft habe. Für 10 Euro bekommen wir hier 25 Liedern, die aber tatsächlich wirklich ... Sind das 25? Nein, 28. So, falsch gelesen. Entschuldigung. 28 Liedern, aber das ganze Album hat 1 Stunde 30. Und ich höre mir ja ganz gerne immer mal, bevor ich in so ein Game rein starte, den Soundtrack an. Und was soll ich sagen? Ich erwarte wirklich Großes, weil dieses Album hat mich wirklich richtig, richtig, richtig gecatcht. Es war tatsächlich, was habe ich mir aufgeschrieben? Es waren sämtliche Genres dabei und sämtliche Stimmung. Ich bin richtig gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Und jetzt höre ich auf, drumherum zu laberababern und ich würde sagen, wir schauen uns dieses Game mal an. Roadtrip, woran denkt ihr? Ich denke an Abenteuer, an Unbekanntes, an ein liegen gebliebenes Auto, Autopanne in der Hitze, an Einsteigen zu Fremden, an vielleicht irgendwelchen zwielichtigen Gestalten, an Spaß, an Freiheit, an nicht wissen, was so der nächste Tag bringt und an den Start des Spiels. So, jetzt fange ich an. Viel Spaß damit, Ladies and Gentlemen. Und Omenfähigkeit, was auch immer das ist. Also, Klugheit, du bist schlau, du kannst Leute dazu bringen, etwas zu tun. Hacken, Computer haben keine Geheimnisse. Öffne alle verschlossenen Dinge, du fühlst dich zuversichtlich. Als Würfelwahrscheinlichkeiten erhöhen sich um 15 Prozent. Pass. Schalte neue Interaktionen mit der Polizei frei. Oh Gott. Also, wir werden offensichtlich auch irgendwie mit der Polizei Kontakt haben. Du hast mehr Energie. Okay, also pass auf, wir starten jetzt einfach ein... Ja, wir starten jetzt einfach ein neues Spiel. Let's. Hey there. So, you're one of us, aren't you? Mind if I ask you a few questions? Question one. When you travel, you usually... Äh... Alleine? Oh man, that's really sad. Kidding. So, next question. When you're traveling, do you follow the itinerary or are you more spontaneous? Also, tatsächlich reise ich eher gar nicht so viel. Jetzt könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, wenn ihr mögt, was ihr für ein Reisetyp seid. Ob ihr mehr so der spontane Typ seid oder mehr der planerische Typ. Dadurch, dass ich nicht so viel bis jetzt gereist bin, ist das alles immer sehr durchgeplant gewesen. Äh, weil ich sonst Angst gehabt hätte, dass irgendwas nicht klappt oder funktioniert. Good to know. Good to know. And what about politics? What would you do, if you disagree with our country's government? Rabellieren, so viel ich kann. Wählen gehen, um Veränderungen zu bewirken. Erwägen, ins Ausland zu ziehen. Nichts von all dem. Also, dadurch, dass wir ja jetzt wissen, hier herrscht eine Politik, mit der die Jugendlichen nicht zufrieden sind und sie wollen raus. Rabellieren, so viel ich kann. Oh, das kommt's. Also, wenn ich ein... Oh, sehr, sehr gute Fragen gleich am Anfang. Wenn ich einen Film gucke, es hängt tatsächlich von der Ausgangssituation ab. Es kann sein, dass ich einfach ein bisschen sad drauf bin und was zum Lachen brauche. Es kann sein, dass ich gerade wirklich so in dieser Stimmung bin, dass ich irgendwie wirklich auch so einen Teenager-Liebesfilm irgendwie brauche, der Realität zu entkommen. Diese Antwort finde ich gut. Und natürlich zu lachen. So, also, es ist der 11. Juni 1996. Wenn du ein Objekt inspizierst, betrachte es aus allen Winkeln, vielleicht kannst du einige Geheimnisse entdecken. Ich bin richtig, richtig gespannt, was das für eine Art von Spiel ist. Drücke einen beliebigen Knopf, das kriege ich hin. Oh nein, auch in dem Format. I'm here at our nation's border under national mountain, the site of the Black Brigade terrorist attack in 86. If you don't remember, hundreds died that day, when a brigade truck carrying explosive devices crashed into the mountain, triggering its peak to collapse. In two months, on the same day as the nation's election, in the same spot where I'm standing, the 10-year commemoration honoring the victims will take place. Give us all your darn money, bitch! Yeah, all your darn money! Robbery in progress. All cards in the area respond immediately. Unit 2 here. On my way. Over. President Tyrak, the man who broke the border wall behind me, protecting our nation, will be there. Protecting our nation? Ha! This event promises to be a solemn moment, and a time to celebrate the announcement of our next president. Ugh, total BS. Of course, I'll be there live, giving you the real story, as it unfolds. This has been GNN's Sonia Sanchez reporting live. Okay, jede Reise ist einzigartig, also 1872 Kilometer zur Grenze. Können wir auch scheitern? Offensichtlich, ne? Ich bin richtig, 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 richtig gespannt. The Wild Boy. Na, so fällt die Fahrt doch schon mal gut an. Okay. Schau uns nicht an. Du hast Saddlebitch kennengelernt. Ich möchte sie ja gerne durch, also durch den Spiegel gucke ich sie jetzt mal an. So geht meine Reise los? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ah. Äh. Okay. Okay. Ach du Scheiße. Das heißt, ich habe gleich am Anfang Freunde gefunden. Und wo geht's hin? Und. You know what Mitch? Maybe you should find another Robin partner. Well, uh, maybe I should. Like, this kid. Und. Äh. Fine. Take the kid. She's clearly a criminal anyway. Und. 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 Okay, also. Äh, ihr seid ein tolles Duo. Okay, also. Ich soll das Radio anmachen. Gut, machen wir das. Äh, oh, wie wär's, wenn wir... Oh, wir könnten... Ich schätze, wir könnten drüber reden. Well, I guess that's it. Stan and Mitch are breaking up. Go on and partner up with the kid. Yeah, I guess that's it. Wow. Ihr zwei solltet euch echt nochmal überlegen. Und ihr solltet mal auf die Fahrbahn gucken. Warte, was ist das? Was? Okay. Was? Wie müsst ihr? Was? Was? Äh, ein Waschsalon. Natürlich. War also nicht richtig? Toll. Kann ich das überhaupt richtig beantworten? Ja, abends. Wenn es dunkel ist. Ey, die Antwort gab's gar nicht. Ich hab Angst, was passiert, wenn ich's nicht schaffe, ne? Äh. Ein super schnelles Auto. Okay, ich glaube, man hätte es gar nicht gewinnen können. Okay, musst du das jetzt? Also... Äh. Okay, gut. Ich hab verloren und wurde rausgeworfen. Das riecht ja jetzt nach Anhalter, oder? Ich glaube, mir geht's auch echt nicht gut, ne? Was ist das? Video killed the Rager Star. Okay, alles klar. Ich hab kein Geld und ich bin jetzt irgendwo gestrandet. Ich lieb's. Kann ich irgendwas einsammeln oder irgendwas machen? Ist das ein Feuer? Sah ja aus so nach so einer politischen Veranstaltung, die ja stattfindet. Na, geil. Na, toll. Kann ich den anhalten? Ey. Ich würd' ja vorher auch gerne einfach mal hochlaufen. Ich weiß, die Musik kommt von da unten. Ich weiß halt nicht, ob wir auf die Leiste da oben wirklich auch extrem achten müssen. Na, okay, wir können nicht da hin. Aber warum brennt hier Feuer? Okay. Ja, gut. Dann laufen wir jetzt erst mal... zur Party. ...irgendwo im Lichts. Ich guck' natürlich auch trotzdem hier nochmal ein bisschen rein. Habe ich eigentlich ein Menü? Ja, ich habe ein Menü. So, also... Vermutlich heiße ich Sonja. Hier haben wir noch ein paar Leute, die wir vielleicht treffen können. Sammlerstücke. Ja, Optionen. Äh, okay. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir können es vielleicht mal öffnen. Oh, ein Sammlerstück gefunden. Alex the Hacker. Habe ich es jetzt mitgenommen? Warte. Ja, oh, wir können es uns so gar nicht hören. Geil. Äh, okay, jetzt bin ich irgendwo auf Steam gelandet, oder? Dann komme ich jetzt wieder ins Spiel. Hilfe! Okay, das soll so nicht sein. Okay, dieser Menü war ja richtig strange. OMG. Also, ich war irgendwie bei Steam drin, aber irgendwie auch nicht. Gut. Was? Ich? Okay. Ich bin doch kein Kind. Was ist, wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe? so ganz penetrant? Ich würde halt voll interessieren, was sie vorhaben. Aber gut, ich glaube, das werden wir gleich noch rauskriegen. Boah, guck mal, hier ist eine Limousine. Kennengelernt ist gut. Hallo? Hi. Äh. Ja. Okay. Was für ein Job? Was für ein Job? Ich? Äh, okay, ich brauche Geld. Aber sei es nicht, dass ich gut bin. Aber, der ist da? Oh Gott, scheiße. Okay, es kann ja nicht so schwer sein. Was ist denn? Brauchst du? Können wir auf jeden Fall? Äh, ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber ja, alles klar. Check, 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 check. Äh, okay. Sie kommen trotzdem durch. Sie werden sehen. Diese Entscheidung hat Auswirkungen. Ist die Werbetafel das da? Okay. 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 Was? Wie verkackt. Äh? Werden sie mich bezahlen? Juhu. Geld. Fähigkeit erlangt Glücksstern. Du fühlst dich unschlagbar. Alle Würfel scheinen, äh, alle Würfelwahrscheinlichkeiten sind um 15% erhöht. Aber hat sie mir jetzt auch Geld gegeben? Was ist denn das? Ich will aber Geld. Blöde Kuh, gib mir Geld. Aber ich will Geld. Das ist Manipulation. Das ist Manipulation. Ich mach gar nix. Komm, da buhen wir. Wir machen mal nix. Ich sag, was du denkst, Flores? Oooo. Geld Geld hat real gut. Es ist ein vieles Gespräch über eine Brigade Uprising. Aber bin ich worried? Nein. Ich habe sogar mit meiner Kindheit verabschiedenstelle auf eine Roadtrip. Präsident Tyrak wird unsere Nation safe. Phrase, Präsident Tyrak. Oooo. Der Bude jetzt einfach raus. Wir hätten ihn weg. Was? Das macht nix. Ich bin lieb. Das nehmen wir auch alles auf. Ich kann aber nicht hinterherlaufen, ne? O.M.G. Der ist übelst verprügelt. Alter. Ah, okay. Wo ist mein Geld? Ah, cool, okay. Bei dir ist alles scheiße, oder? Yes! Geld! Das ist eine Menge Geld. Ah. Danke. Okay, Leute. Also, wir können jetzt gleich eine Runde trampen. Oh, pass auf. Wir können ja erstmal den Müll durchsuchen. Das werden wir tun. Aber ja, wir sind ja auch sowas wie Hunger. Verrottete Lebensmittel essen. Oh, ich kotze bestimmt gleich. Okay, wir trampen. Gehen wir uns jetzt hier nochmal umgucken. Ich hab ja Angst. Wollen wir wirklich trampen? Können wir die Lampe mitnehmen? Nein. Was? War das für eine kranke Aktion, oder? Kann ich springen? Nein, kann ich nicht. Also, ich kann nur laufen. Aber ist auch geil. Weißt du, die sind abgehauen und haben die ganze Technik hier gelassen. Und kein Mensch mehr da. Ich könnte jetzt tatsächlich irgendwie Technik und Co. alles mitnehmen. Sogar hier alles angelassen. Aber vielleicht finden wir ja noch was. Uh. Don't call. Aber es hat mich halt auch jetzt keiner gesehen, oder? Nicht, dass mich gleich immer zusammenschlägt. Verrottete Lebensmittel essen. Geil, ich lieb's. Am Ende werde ich bestimmt nicht übergeben. Aber sie sieht ja hungrig aus. Und ich glaube, wir müssen auch essen. Gut. Bevor wir natürlich trampen, werden wir jetzt erstmal gucken, was es hier so gibt. Pass auf. Können wir rüber laufen? Ich kann nicht über die Straße laufen. Toll. Das Spiel denkt an meinen persönlichen Schutz. Ich lieb's. Da können wir leider auch nicht rein. Also wir können wirklich nur an der Straße entlang laufen und gar nicht so in die Wallachai reinlaufen. Also wir könnten uns jetzt hier ein Taxi rufen. Oh Gott, bin ich so klein? Zuhause anrufen? Warum sollte ich zuhause anrufen? Belohnung. Rufen Sie 96112 an, wenn Sie Informationen über den Funksender der Brigade haben. Habe ich das? Weiß ich nicht. Okay, hier hätten wir einen Bus. Trampen oder Bus? Trampen wäre halt... Verlassen und die Straße entlang gehen. Ja, dann laufen wir doch einfach die Straße mal ein bisschen entlang, ehe wir trampen. Wir laufen einfach zu Fuß. Sie sah jetzt noch nicht so ganz fertig aus. Der gammelige Burger hat sie gestärkt. Taxis erlauben dir, dich zu erholen. Okay, alles klar. Oh je, Mini. Ihr geht's nicht gut. Es riecht wie Teen Spirit. Oh, ist das eine Siedlung? Welcome the Night Skis Campground. Oh, das sieht doch recht einladend aus. Also, wir haben ein Campground erreicht. Mitten in der Nacht. Also, was haben wir hier? Wir können es uns einmal angucken. Präsident Tyrek. Ja gut, überall wandalieren will ich jetzt natürlich auch nicht. Kann ich eigentlich auch klopfen? Das ist eine schöne Katze. Äh... Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich wählen will. Wie heißt die... Nein, welche hast du denn Tipps für Rotomix? Warte, verbreite die Liebe? Okay. Das war's. Eigentlich wollte ich wissen, wie deine Katze heißt. Schade. Aber gut, wir werden jetzt nicht erfahren, wie die Katze heißt. Kann man irgendwo reinlaufen? Aber im fremden Müllkram sollte ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, na? Äh, tut mir wirklich leid, aber hast du was zu essen für mich? Ja. Okay, es hätte ja sein können, dass ich mich hier mal durchschnauern kann. Ich könnte die Katze essen. Aber vielleicht finde ich ja noch irgendwo Reste. Das sieht ja aus wie so ein Festivalgelände. Sehr verwinkelt. Wer sagt das? Okay. So, ey. Äh, alles okay? Hast du es beweisen? Du hast keine Beweise. Tschüss. Ja, ja. Äh. Der Typ war ein Widerling. Ich liebe beschussene Wohnwagen. Wo kann ich umsonst schlafen? Tanzender Carl? Tanzender Carl? Äh, okay, cool. Also, man sieht sich? Kann ich auch sterben draußen? Ach so, ja, natürlich, wenn ich nichts esse oder mich erhole, ne? Oh, sie singt. Äh, ich verlaufen? Äh, ich verlaufen? Äh, ich verlaufen? Passiert nichts. Passiert nichts? Passiert nichts? Passiert nichts? Passiert nichts? Passiert nichts? Oh, hier gibt's vielleicht einen Code, den wir irgendwie rauskriegen. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendjemanden ausquetschen können. Da würde ich ja gerne mal reingucken. Das ist 191.9, die Musik der Brigadier. Das ist dein Papa Baby hier. Was ist der nächsten Fall? Mit der nächsten Fraud einer election, mehr und mehr Länder sind auf der Resignation der Tyrant. Ich meine, Tyrak. Aber will er runter? Natürlich nicht. Das ist warum, liebe Listener, wir müssen diesen Mann und seine Regierung so lange wie wir können. Und jetzt, hier ist ein Tune von einer neuen Band. Remember, Papa Baby loves you. Also, so eine romantische Wohnwagensiedlung. So herum. So, das haben wir auch schon gesehen. Funksender. Okay, also was es da mit diesen Plakaten auf sich hat, weiß ich doch nicht. Wo sind denn hier die Kartons? Ich würde ja am liebsten gerne kostenlos schlafen. Oh, da ist ein Fernseher. Kann mir jemand klopfen? Vielleicht macht ja irgendjemand auf. Hallo? Er macht jetzt... Was macht er jetzt? Es ist verstörend, ne? Okay, pass auf. Wir machen uns mal hübsch. Das wird der Dancing Guy sein. Äh, kann ich mit dir tanzen? Äh, kann ich mit dir tanzen? An einem anderen Level? Das ist wie so ein Unfall. Ich kann nicht weggucken, ne? Äh, aber wo kann ich umsonst schlafen? Da hinsen? Hier? Ja, ich leg mich jetzt auf die Kartons. Ich hab kein Geld für den Wohnwagen. Kann natürlich ein Fehler sein. Wenn ich aufwache, hab ich vielleicht auch kein Geld, weil ich beklaut wurde. Aber so schlafen wir jetzt frei. In einer fremden Wohnwagensiedlung. Hey, hey! Hey, wake up! Komm, hang out with me! Wer bist du jetzt? Hä? Was? Wo? Ich hör Stimmen. Mitten in der Nacht geweckt werden. Da oben? Wer bist du? Okay. Ach, du siehst dich nicht. Äh. Bist du schon lange auf der Straße unterwegs? Warum wolltest du weg? Jetzt, wo du was weißt. Glaubst du, dass du es schaffen wirst? Die Gruben? Die Gruben? What? Ja, ich auch. Die Gruben? Ja. Finde ich gut. Aber ich hab Hunger. Ich kann nicht spielen. Aber ich probier's einfach. Jetzt sabber... Oh mein Gott. Was soll ich tun? Ach, du Scheiße. Ah! Oh mein Gott. Ich kann nicht spielen. Das ist nicht schön. Ah, du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich muss mich konzentrieren. Also. Geil. Ah! Mach mich nicht aus. Ich speichere gerade dein Mundstück zu. Ah, Hilfe! Das ist jemand, der da so viel einig macht. Das ist eine Schikade. Wann ist das? Oh mein Gott. Ich sterbe. Oh Gott. Was für ein Fiasto. Du bist wegen mir rausgeschmissen worden. Okay. Hm, sollen wir zusammen losziehen? Hm. Ich verstehe das vollkommen. Schade. Sammlerstück. Okay. Wir laufen jetzt noch mal ein bisschen zu Fuß. Das war's. Och, schade. Ich habe mich hier gerne noch ein bisschen umgeguckt. Ich glaube, wir werden gleich mal ein bisschen trampen, weil wir können ja nicht nur irgendwie... Ähm, wir können ja nicht nur hier durch die Gegend latschen. Oh, ist das Tag. Endlich ist es hell. Das ist der 13. Juni 1996. Also, Walking in my Shoes. Also, Teenager, die von zu Hause abgehauen sind. Und darum geht's. Und ich laufe im Nirgendwo. Ich möchte das dann nur noch mal festhalten, ne? Oh mein Gott, mir geht's gar nicht gut. Mir geht's überhaupt nicht gut. Okay, das heißt übersetzt. Ich sollte trampen, sonst sterbe ich. Oh mein Gott, mir geht's schlecht. Verdammt. Hä? Ich höre Stimmen. Aber wo kommen wir hier? Ah, hier. Äh, was für ein Fehler? Äh, was soll ich machen? Okay. Alex Computer, er kann alles, yo. Aber welchen Masten meinst du? Keine Ahnung, wo ich suchen soll. Eigentlich geht's mir ja schlecht. Aber ich grabe mal. So, eine rostige Dose. Fantastisch. Ich hoffe ja nicht, dass ich sterben werde. Aber wir graben jetzt hier einfach erst mal... Äh, so ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas tolles Geld oder so. So, Telefonkastenschlüssel. Habe ihn gefunden. Aber kann ich hier noch mehr finden? Ich weiß doch, dass es hier noch mehr gibt. Ja, natürlich. Was ist denn das? Ah! Ich weiß jetzt erst mal, was ich hier noch finde. Ob ich hier noch was finde. In der Wüste. Strange. Ja, mache ich. Aber hier piept nichts. Jetzt halt die Frage. Gibt es hier noch mehr, was man finden kann? Ja, abgezogen. Ich renne jetzt mit dem Rechner weg. Ich habe ja Angst, dass wir sterben. Oder dass der Junge uns von hinten irgendwie... eins aufs Maul haut. Aber ich... Sieht nicht so aus, als würde es hier noch irgendwas geben, ne? Ich meine, im Prinzip haben wir ja den Schlüssel jetzt schon gefunden. Können wir auch rüber? Nein, schade. Schade. Gibt es doch bestimmt noch ein, zwei Sachen. Sieht nicht so aus, ne? Schade. Halt die Backen! Wie ist der ja eigentlich hingekommen? Würde mich interessieren. Müll in die Tonne werfen. Aber ich habe den Schlüssel doch. Oder suche ich noch einen anderen Schlüssel? Habe ich jetzt nicht noch einen Schlüssel? Okay. Ich hätte gedacht, wir haben den Schlüssel jetzt schon. Aber gut, wir können natürlich jetzt die Masten nochmal ablaufen. Oder wir können... Ah, okay, wir müssen es öffnen. Ah, I understand. Wovon redest du? Wer sind die Brigaden? Einen Moment. Für wen arbeitest du? Okay. Ich drück nochmal auf den Knopf. Oh nein, jetzt regnet es. Ich bin ja bei manchen Entscheidungen schon wieder nicht sicher, ob das richtig ist oder ob das falsch ist, was ich mache. Wir können natürlich auch noch mit dem Bus fahren. Wollen wir mit dem Bus fahren, ehe wir trampen? Äh, was passiert? Ewa, Mr. Yu. Warum hat er das gemacht? Äh, für mich? Kann ich fragen, warum du auf der Straße unterwegs bist? Hm, tut mir leid zu hören, dass sie gestorben sind. Hm, tut mir leid zu hören, dass sie gestorben sind. Okay, und, äh, wo ist deine Adoptivmutter? Dann geht's doch. In der hier? Ihr habt wohl schon länger nicht mehr miteinander gesprochen. Bewegt dich nicht so viel. Hm, da solltest du sie anrufen. Oh, er ruft Mutti an. Sag, dass alles in Ordnung ist. Sag, dass du genug isst. Oh, eine seltsame Antwort. Sag ihr, dass du sie auch vermisst. Sag ihr, dass du sie bald wieder anrufen wirst. Oh mein Gott, wie traurig. Ich hab Hunger. Hast du was zu essen? Tja, gern geschehen. Okay, ähm... Hast du irgendwelche Tipps, wie man auf der Straße überlebt? Versuche abgelaufene Lebensmittel zu vermeiden. Ach, zurecht. Ich könnte noch mal in Müll gucken. Ja, was auch immer nötig ist, um zu überqueren. Ja, 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 ja. Ja. Aber Taxi ist viel zu teuer. Äh, ich nehm den Bus. Ich wünsch dir viel Glück. Krieg ich jetzt den Müsliriegel? Geil. Oh mein Gott, ich danke dir. Ich hab übelst Hunger. Boah, voll gut. Danke. Oh, wir können natürlich auch trampen. Trampen oder Bus. Aber ist es ein kostenloses Taxi? Ja dann, warte mal. Ehrlich gesagt, ein kostenloses Taxi wäre natürlich richtig gut. Das ist bestimmt nicht kostenlos. Ich hab die Taxi. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ob das jetzt richtig war, dass ich da eingestiegen bin. Steige nie zu Fremden in dein Auto. Vor allem, was das heißt. Happy Taxi. Aber gut. Wir kommen erst mal ein Stück weiter. Oh, I'm Jay. Ladies and gentlemen. Und was in diesem Taxi passiert, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und guckt, wie ich hier entscheide und wie unsere Reise weitergeht. Bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Bis dahin genießt den Tag.